Da bin ich nochmal. Heute ist Post eingetroffen, in der sich eine DVD befand mit einem wunderbaren Eisenbahnfilm, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Film stammt von Wolfgang Güttler und zeigt Szenen der Vollmetallbahn mit satten Aufnahmen der V100 und der Silberlinge, auch unterschiedlichster Steuerwagen auf dieser sehr interessanten Strecke. Ich finde den Film fantastisch, sehr gut gemacht und freue mich, euch den Film auf meinem Kanal präsentieren zu dürfen. Nochmal vielen Dank, Wolfgang, für die Bereitstellung des Films und ich denke, der wird sehr viele Eisenbahnfreunde ansprechen. Also, viel Spaß! Musik Bitte einsteigen. Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020